Also ich will jetzt auch nicht direkt zu euphorisch wirken, aber meine Laune heute ist doch deutlich besser als damals noch beim Test des Huawei P10 und auch Huawei P8 Lite 2017. Denn dort hatten viele Leute ein Problem damit, dass ich mich einfach zu sehr darüber beschwerte, sogar weinte, dass wir keine vernünftige Displaybeschichtung haben und auch die Sache mit dem Display-Dim. Aber der Grund, wieso ich heute bei dem Huawei P10 Lite 2017 einfach so viel positiver gestimmt bin, ist wirklich einfach zu beantworten. Diese zwei Hauptkritikpunkte von mir sind einfach nicht mehr vorhanden. Die Displaybeschichtung ist solide und auch das Display-Dim ist einfach nicht vorhanden. Von daher möchte ich euch heute meine Meinung nach einem Tag Benutzung schildern. Ich möchte jetzt natürlich nicht zu detailliert eingehen, denn dafür ist ja der komplette Test noch da. Aber ihr werdet definitiv schon mal einen guten Eindruck von diesem Handy bekommen und was ihr zu erwarten habt. Von daher würde ich sagen, kommen wir zum Design. Und eines fällt vielleicht direkt auf, zumindest war das bei mir der Fall. Es sieht einem Samsung Galaxy A5 2016 doch verblüffend ähnlich. Gerade vom Gefühl her hat es genau dieses kantige und boxige Design, das mir allerdings damals schon sehr, sehr gut gefallen hat. Im Falle des Huawei P10 Lite 2017 fühlt es sich sogar noch mal ein wenig kompakter und einfach noch mal ein wenig komfortabler. Das gefällt mir. Und wenn wir nicht diesen wirklich sehr, sehr gut funktionierenden Fingerabdrucklaser hätten und auch die deutlich besser platzierten Tasten, wäre es recht schwer, diese zwei voneinander zu unterscheiden. Aber sonst muss ich sagen, vom Rest gefällt mir das ja wirklich sehr, sehr gut. Schön dünn, auch 2,5D-Glas. Was allerdings ein wenig komisch ist, wir haben immer noch Micro-USB anstatt USB-Typ C. Obwohl das schon ein Gerät mit 4 GB Arbeitsspeicher ist und 5 GHz WLAN, was ja bei Huawei-Geräten nicht so üblich ist. Natürlich haben wir, wie schon bei Huawei gewohnt, auch eine Benachtigungs-LED. Ansonsten vom Design her bin ich wirklich sehr, sehr angetan. Wenn es zum Display kommt, möchte ich eigentlich nur ganz kurz erwähnen, dass dies definitiv ein Display ist für Leute, die mehr ein natürliches und akkurates Bild haben wollen. Also sieht nicht extrem übersättigt aus. Und wir haben jetzt leider auch nur Einstellungen für die Farbtemperatur nicht mehr. Aber das Display an sich gefällt mir sehr gut. Ist jetzt vielleicht kein Riesensprung vom Huawei P9 Lite. Allerdings ist das auch nicht wirklich nötig, denn das war schon wirklich hervorragend. Die Blickwinkel sind sehr stabil. Es wirkt bisher wirklich extremst hell. Das muss ich allerdings noch messen, um genau zu wissen, wie gut das ist. Aber der Rest wirklich sehr, sehr schön. Kann ich mich absolut nicht bespielen. Der Lautsprecher, soweit, sieht auch sehr solide aus. Ist relativ laut, klingt auch recht voll. Sieht schon mal sehr gut aus. Wenn es allerdings um die Leistung geht, hier möchte ich mal ein paar Sekunden länger verbringen. Denn ich muss sagen, ich bin wirklich sehr, sehr angetan. Was der Kirin 658 hier vollbringt. Denn wie wir schon sehen können, Scrolling ist wunderschön flüssig. Und dank 4 GB sollte auch das Multitasking sehr, sehr gut sein. Was ich jetzt allerdings bemerkt habe, ist auch was schön zu sehen ist. Der Motion Blur oder das beim Scrollen vorhandene etwas Verschwimmen, ist hier nicht so sichtbar wie bei manch anderen Geräten. Also es sieht wirklich sehr, sehr solid aus. Es ist jetzt vielleicht nicht extrem spritzig und schnell. Aber immer noch auf einem sehr, sehr guten Huawei Niveau. Und das gefällt mir. Es ist wirklich sehr solide. Und soweit, so gut. Ich kann hier wirklich noch gar nichts versprechen. Von der Spieleleistung sieht es sehr, sehr gut aus. Besser wie ein Snapdragon 625 zum Beispiel im Vergleich. Aber da muss ich noch ein wenig mehr Tests machen, um daher sicher zu sein. Zum Akku kann ich nur so viel sagen. Ich kann ihn natürlich jetzt noch nicht einschätzen nach einem Tag Benutzung. Aber es sieht sehr, sehr vielversprechend aus. Ich denke mal nicht, dass er so effizient ist wie ein Snapdragon 625. Aber sollte, so wie es aussieht, zumindest auf einem P9 Lite Niveau sein. Das ich ja damals schon absolut als großartig empfand. Wenn es um die Software geht, möchte ich eigentlich nicht zu viel Zeit verlieren. Das ist dann für den Test vorbehalten. Aber wir sehen schon, wir haben Nougat hier laufen. Und es ist sehr, sehr schön. Allerdings sehr, sehr funktional. Das ist natürlich jetzt Nova Launcher, aber das spielt jetzt keine Rolle. Allerdings muss ich sagen, wir haben sehr, sehr viele Features. Selbst das Knock-on-Feature mit dem Knöcheltippen habt ihr da. Und alles andere sieht soweit gut aus. Von daher gibt es hier auch nichts zu meckern. Die Kamera habe ich mir kurz angesehen. Und ich muss sagen, wirklich, wirklich überraschend gut. Denn die Bilder sind sehr, sehr scharf. Der Autofokus funktioniert sehr, sehr gut. Vielleicht jetzt nicht der schnellste Shutter, wenn es gerade um schlechtere Lichtbedingungen geht. Aber die Ergebnisse, muss ich sagen, sehr, sehr gut. Selbst bei Videos. Also hier auch sehr, sehr viel Potenzial. Das hier natürlich noch für den finalen Test herausstellen wird, ob das auch so gut ist. Aber ich muss sagen, für einen Preis von 350 Euro definitiv bin ich der Meinung, das Geld wert. Allerdings auch eines zu erwähnen, ist eben die sehr, sehr starke Konkurrenz. Denn wir haben eben hier zur Zeit auf dem Markt auch ein Nubia Z11 Mini S. Das vielleicht jetzt nicht so ein starker Konkurrent ist, einfach da die Marke nicht so bekannt ist. Das ein wenig ein besseres Akku haben sollte. Dann allerdings der Hauptkonkurrent, den muss ich einfach nennen. Das wäre das Moto G5 Plus. Denn das hat einen Snapdragon 625 und auch recht ähnliche Komponenten hier verbaut. Mit auch einer, soweit ich es bisher mitgekriegt habe, sehr, sehr guten Kamera. Also das wird meiner Meinung nach der stärkste Konkurrent. Preislich ist das ja jetzt schon rund auf knapp 300, habe ich sogar schon im Angebot für unter 300 gesehen, wird das mit Sicherheit der Hauptkonkurrent. Ich bin allerdings schon mal sehr, sehr positiv gestimmt und das kann ich schon mal jetzt sagen. Es kann definitiv mit diesen ganzen um 300 Euro Geräten top mithalten. Also meine ganzen eher, sag ich mal, Meckereien, die ich beim P8 Lite 2017 und auch beim P10 hatte, die gerade diese Displaybeschiffung und alles, sind hier nicht vorhanden. Von daher ist das jetzt mindestens auf dem gleichen Level. Ob besser oder nicht, das muss ich in den nächsten Tagen noch herausstellen. Natürlich mehr dazu gibt es noch im kompletten Test. Aber ich kann schon mal eines sagen. Ich bin wieder happy. Also mein Vertrauen wurde wieder hergestellt. Ich weiß jetzt wieder, Huawei kann noch gute Geräte herstellen. Wieso sie ein paar komische herausgelassen haben, weiß ich nicht ganz genau. Hier allerdings alles top. Mehr dazu im kompletten Test. Und dann wird sich hier mal herausstellen, ob es den Preis gerechtfertigt hat oder rechtfertigen kann. Und ob ein Moto G5 Plus, das ich zu der Zeit des Tests dann auch noch bekommen sollte, wirklich so stark ist, wie alle denken. Das wird sich noch zeigen. Allerdings würde ich sagen, das war es für heute. Falls dir das Video gefallen hat, alles Weitere dann unten in den Kommentaren und so weiter. Einen Daumen hoch, was schön. Und ansonsten noch ein Dankeschön an Cyberport. Denn dadurch habe ich das Gerät noch zeitnah zum Release bekommen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch.